Hallo, hier ist wieder Müllspand XY. Ich habe heute Nacht ein bisschen weiter gemacht an meiner Wasserkühlung bis halb zwei. Ich habe auch gebohrt. Die Leute um meine Wohnung haben bestimmt gemeckert, aber was muss, das muss. Und heute früh habe ich meine Wasserkühlung befüllt. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. So, ich zeige euch das mal. Die läuft jetzt schon seit einer Stunde wegen Luftblasen. So, ich hoffe, ihr seht genug. Ja, wie gesagt, es ist alles trocken. Ich habe hier oben befüllt. Ich habe oben den Stöpsel. Da habe ich rausgemacht und gefüllt, aber irgendwie ging das nicht so richtig gut, weil immer Luft wieder rauskam. Gegendruck und Druck, ihr wisst. Und da habe ich das den ganzen Deckel abgemacht und so reingefüllt. Und es ging perfekt. Ja, aber beim Anfang, wie gesagt, wo ich den Deckel noch nie abgemacht habe, ist mir das ganze Wasser hier runter gelaufen. Und ich durfte das mal wischen. Gott sei Dank ist das destilliertes Wasser und ist nicht reingelaufen. Aber sonst ist alles trocken. Ihr seht, es ist nichts nass. Einzelproblem, ich habe noch ein, zwei Luftbläschen. Ich werde euch mal zeigen. Seht ihr das? Da unten drunter wackelt was. Ja, so. Da. Und hier oben. Und bei der DPU ist auch noch irgendwo ins Weg. Da ist noch eins. Ganz klein. Und da. Aber ich denke mal, die werden schon nach und nach rauskriegen. Ich tue euch mal wieder einklemmen. So. Dann muss ich erst sagen, ich habe mir jetzt mal zehn Liter Kanister Wasser geholt, destilliertes. Und ich hätte gar nicht so viel machen brauchen. So drei Liter hätte gereicht, denke ich mir mal. Aber lieber ein bisschen mehr da haben. So. Dann zeige ich euch noch ein bisschen mehr. Das Schlimmste war aber heute Nacht den Radiatoren hinten dran zu bauen. Ich musste ja hier überall da rein. Die Festschrauben. Aber vorher habe ich meine meine SD hinten verkabelt und dran gemacht. Ich hoffe, ich habe alles richtig verkabelt. Ansonsten muss ich den ganzen Radiator mit abbauen. Und darauf habe ich keine Lust. Wie gesagt, das waren wir mit den Schlimmsten, was ich heute machen musste. Die Löcher haben alle gestimmt. Aber ich habe drei, vier Mal angesetzt, als ich den Radiator festbekommen habe. Entweder ist die falsche Schraube festgeworden und die andere Schraube ist locker geworden. Oder hat irgendwie was anderes nicht geklappt. Noch mal zurück. So. Es sieht auch relativ ganz gut aus. Das von hinten. Ich habe auch an den Abfluss gedacht. Sehr wichtig. Ich habe es vorhin schon mal benutzt und es klappt. Einziges Problem, was ich habe, ist mit der Grafikkarte, weil ich das ja hinten dran machen musste. Da. Wegen Kabel für den Monitor. Aber das hat klappt. Also ist ganz knapp. Aber es klappt. Mein Lieblingswort mittlerweile. So. Noch mal zurück. Ich habe gesagt, das Ding läuft. Seit einer Stunde oder anderthalb Stunden. Zwischendrin habe ich mich schon aufgeräumt. Ja, nein, nur mein Arbeitgeber und meine Wohnung. Ein bisschen. Das ist mir dann eh nicht so. Aber egal. Ich kann mal meine Lampe hier runternehmen. So, dass ich da reinpucken kann. Zimmer. Das zieht sich noch ein bisschen vor. So. So. Ich denke mal, das klappt. Dann habe ich mir ja keinen Stecker geholt. Ich habe mir das jetzt selber gemacht. Dass die Pumpe angeht. Mit zwei Drähten habe ich in den vierten, also wo das Nüppel ist. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Nicht richtig, oder? Egal. Und von vierter ab, ins vierte rein gesteckt und gleich ins nächste. Das ist ein schwarzes. Und das vierte ist ein grünes. So, dass die Pumpe anspringt. Am Anfang habe ich ein bisschen zu kurz gewartet, bis die Pumpe angeht. Ich brauche ungefähr ein, zwei, drei Sekunden, bis sie anläuft. Aber sonst ist sie fast lautlos. Fast. Aber ich denke mal, ich kann die bestimmt noch ein bisschen runter regeln. Aber ich werde sehen. Ich werde dann alles mal... Also, Grafikkarte habe ich auch abgezogen, weil die muss ja in die Hand sein. Den Stecker tut man ja abziehen, dass die CPU nicht warm wird. Die braucht ja jetzt nicht laufen. Ist ja nur wegen der Pumpe, damit man die Wasserplättchen wegbekommt. Wasserplättchen. Wasserblasen. Mann! Ist heute wieder schwierig. Ansonsten habe ich schon alles eingebaut. Und wie gesagt, ich hoffe, was auf der Rückwand eingebaut ist, hier hinten. Da komme ich mir jetzt nicht mehr hin. Die Lüftdurchsteuerung habe ich genau hier unten gelegt. Sieht wirklich ein bisschen hässlich aus. Aber ich wollte es ja eigentlich am Anfang ganz anders bauen. Aber vorerst geht das erstmal. Bis ich mir etwas besser überlegt habe. Dann habe ich das Kabel von der Pumpe. Seht ihr das? Das ist jetzt nicht mehr. Da. Das Kabel von der Pumpe. Habe ich mit Edding angemalt. Das ist nicht ganz so oft fühlt. Das war ja blau. Da guckt man ein bisschen blaues raus. Wollen wir erstmal nochmal machen. Und nochmal drüber gehen. So. Und dann habe ich hier den Temperaturfühler dran gemacht. Der hängt hier hinten an der Wasserpumpe. Hier ist er. So. Das war es. Den Rest zeige ich euch dann, wenn er läuft. Ich hoffe. Bye bye. So.